Der Mont Ventoux ist einer der legendären Meilensteine der Tour de France. Dieser fast schon heilige Berg steht mitten im Nichts. Er hat aus Richard Viranq den spektakulären Kletterspezialisten gemacht, den heute jeder kennt. Es ist ein Anstieg für die Besten. Nicht 10, nicht 15. Fast 20 Kilometer muss man mit Gegenwind angehen. Vor elf Jahren ist Richard Viranq nach einer ereignisreichen Etappe in die Geschichte der Tour de France eingegangen. Genau hier habe ich angegriffen. Ich habe von einem Adrenalinschub profitiert und Boccharov angegriffen, der über 200 Kilometer davor nicht viel Kraft aufgebraucht hatte. Ich musste wirklich hart zuschlagen. Es ist unglaublich, wenn sie in Chalet Reynar rankommen. Da prickelt es richtig. Da wusste ich schon, dass es ein Duell zwischen mir und dem Mont Ventoux sein würde. Der letzte Kilometer ist wirklich hart und der Wind macht es zur Hölle. Das ist der Wind, das auch der Wind schlägt. Das ist der Wind, das auch der Wind schlägt. Untertitelung des ZDF, 2020